Was wollte ich denn jetzt machen? Was wollte ich? Ah, hier. Genau. So. Careful. Ich befürchte den Käfer, kriege ich nicht genug Käfer zusammen. Ach, jetzt weiß ich wieder was ich wollte. Ha! Ha! Ich meine, ich hab's die ganze Zeit gewusst. Gießkanne kontaminiert. Hm. Schade. Leute, die Schlaganfall-Smiles benutzen, denken sie sowas aus. Möglich? Kann ich hier nicht auch schon vier reinschmeißen? Dann bin ich doch Inventar los, ne? Ja. Bin ich. Also, klug. Kaido-K. So, dann, ähm... Ach, da oben wollte ich. Genau. Hier oben. Das Ding, das ist gefährlich hier. Gefährlich, gefährlich. Einmal schön düngen. Verstehe auch nicht, warum ich dringend, ähm... den Bioabfall... Jetzt hab ich natürlich die F-Taste gedrückt. War ganz klar. Äh, warum ich den Bioabfall nur von Bäumen kriege? Ich meine, ich bin ein Mensch. Hin und wieder produziere ich auch selber Bi... Bioabfall. Not sure if you heard about it. It's magic. So, der Mais braucht echt ewig. Ich hoffe, dass ich bald mal irgendwie Tomaten oder sowas finde. Oder Zwiebeln oder weißt du was ich was. Hab da ja, vorhin konnte man ja schon ein bisschen was lesen. Dass da auf jeden Fall noch jede Menge neue Saat kommt. Dann werden wir hier langsam alles begrünen. Das war 8,13. Da müssen wir mal drauf achten, ob das mehr wird. Das würde mich mal interessieren. Schon mal einen Saal gefunden, oder? Nee. Aber sehr viel Holz. Zum Glück nicht so tödliche Baumstämme wie bei... Ähm, wie bei Valheim. Oder die Bäumfälle... Die Bäumfälle. Die Baum... Die Baum... Baumstämme. Das war das Wort. So viel zum Schlaganfall. Oh Gott. Ähm, die... Die Baumstämme einfach im Kopf fallen und nicht auf töten. Ach, komm schon. Ach. Alter, mein Hirn. Da ist einer. Ich habe viele Äste. Warum habe ich die nicht weggelegt? Warum nicht? Chris, erzähl mir davon. Warum habe ich die Nägel nicht weggepackt? Was zur Hölle? Was zur Hölle, Steffi? So, da habe ich gepflanzt. Ich kann mich hier um mein eigenes Wohl hier kümmern. Ich würde hier gerne noch einfach einen haben. Nein. Du kannst doch versuchen, mit Mörser und Stöße die Erde zu düngen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das funktioniert, Bro. Ich bin berauscht. Was tut mir gebraucht? Okay, ja cool. Machen wir gleich. Okay? Okay? Achso, ich muss jetzt hacken. Das ist das Problem. So. It's getting green here. So. Thymian, Schmümian. So, wir haben hier das. Und dann habe ich noch nicht den Thymian. Den habe ich hier. Warum eigentlich Thymian? Wer kann man nicht? Das ist auch wieder so ein Schlaganfall-Smiley-Ding, oder? So, hey, Thymian ist das Kraut gegen die Vergiftung. Warum Thymian? Ich meine, hä? Nein. Ja. Was ist das hier eigentlich? Achso, nee. Mach mal den Thymian-Tee, bitte. Will ich die Nägel noch hier reinpacken? Nein, kein Platz mehr. Shit. Oh Gott, ich muss dringend neue... Ich will bloß noch nicht so viele Schränke basteln. Weil ich Angst habe, dass mir die Nägel ausgehen. Kraut diesen Pilzer. Ja, ist schon klar, dass das der Kraut gegen den Pilz ist. Aber warum denn unbedingt Thymian? Man hätte auch sagen können, hey, guck mal, Kamille, Pfefferminz. Ja, von dem man allgemein weiß, das sind halt gesunde Kräuter. Aber nein, das muss unbedingt Thymian sein. Äh, weiß ich nicht. Was weiß denn ich? Äh, hier, die Eidechsenhaut. Wollte ich noch da unten reinschmeißen. Thymian, Thymian. Warum trage ich eigentlich die ganze Zeit ein Dings mit mir mit hier? Was ist das eigentlich? Warum komme ich hier nicht ran? Die könnte ja auch theoretisch... ...und das Ding drin. Ach. Jetzt höre ich natürlich immer die F-Tasten. Also hier kann man ja immer mal hier die... ...die reinschmeißen. Die Hacke brauche ich immer zwischendurch mal. Ach, okay, weil die reinschmeißen. Die kann ja, weil dann steht es mir nicht die ganze Zeit im Weg. Ich denke, das ist eine gute Idee. Die Eiche wächst natürlich langsam, aber dann habe ich eine schöne Eiche vorm... ...vorm Haus. Ich finde, dass es etwas Gutes. Kann man mal machen. Ist schon Premium. Ach, siehst du, Mensch. Was mir noch fehlt, ist die Möglichkeit, nur eins von dem Stack zu nehmen. Oder eben nur fünf oder so. Weil jetzt habe ich hier immer das Ganze, so. Oh Gott. Ja, Thymian ist auch eine Heilpflanze. Jedes Grau ist eine Heilpflanze. Im Endeffekt. Halt auf, mich mit euren Argumenten zu verwirren. Ich habe mich festgelegt. So. Lächerlich. Die brauche ich noch nicht. Kann ich den biologischen Abfall reinpacken? Noch eine Kiste. Kann ich... Oh, warte mal. Jetzt fällt mir gerade was ein. Da war doch dieses Fass da unten. Kann ich das abbauen? Ähm... Ähm... Wo gucke ich eigentlich hin? Chris, wo guckst du hin? Nein. Falsch. Ja, richtig. So, hier machen wir gleich weiter. Ähm... Verwirrende Argumente. Ekelhaft. Ob ich das Fass hier abbauen kann? Weil da konnte ich ja auch Sachen einlagern. Sieht nicht so aus. Oh, sad face. Oh, das ist ärgerlich. Ich hätte gerne hier noch was neben zu stehen, dass ich da den, ähm, Bioabfall reinschmeißen kann direkt. Aber das kann ich eigentlich auch neben die Gießkanne machen da hinten. Deswegen will ich es nicht immer ganz ins Haus rein. Oh, ich habe sogar noch fünf davon. Why you didn't tell me? Ähm... Mache ich was hier rein. Thymian-Tee. Äh... 32. Ich glaube, den zweiten Thymian-Tee trinke ich auch gleich noch. Kann ich nicht... Ob ich Thymian-Samen herstellen kann? Die guten Thymian-Samen. Thymian-Samen. Genau, Ananass-Samen bekommt man, wenn man ganz viel Ananas isst. Thymian hat einen hustenlösenden Effekt. Darüber hinaus ist er gut für Brontien. Und hat einen entzündungshemmenden Effekt. Ja, hat Camilla aber auch. Komm, wir sind doch gleich fertig. Spuck deinen Dünger aus, Baby. Ähm... Wir machen hier kein King-Shaming. Oh, ich muss gießen. Oh, ich muss gießen. Oh, ich muss gießen. Oh nein, ich muss gießen. Oh, schon wieder 23. Das ist wieder mal kurz vor knapp, ey. Ey, komm schon. Komm schon, du willst es doch auch. Ich weiß es, ich sehe es an deinem Gesicht. Ich sehe es an deinem lüsternden Blick, dass du es auch willst. Schwede, das ist noch 21 Ausdauer. Ich nenne es mal jetzt Ausdauer. So. Oh, du bist hier so mega entspannt, die Musik, ey. Ist das hier vielleicht fertig? I mean, es sieht so aus, oder? Wie? Ähm... Okay, ich probiere jetzt was. Nee, nee. Nee, ist die nicht fertig aus. Also, ich sehe auch keinen Meister ran. Hä? Kann ich eigentlich nichts machen. Okay, da habe ich einfach Holz aufgenommen. Auch nicht schlecht. Es ist noch nicht fertig. Ja, ist doch in Ordnung. Für die Wissenschaft. Achso, ich wollte mal ausprobieren. Erstmal würde ich das da unten lassen. In der Hoffnung, dass das vielleicht irgendwann mit Grün drumherum wird. Weil das ist ja fucking Wasser. Glaube ich mir vorstellen. Aber ich will mal gucken, ob ich hier... Da. Wasser rausnehmen kann. Nee, sieht nicht so aus. Ha, schade. Aber wozu ist das denn? Hm, na gut. Müssen wir alles mal testen. Ah, langsam wird es hier aber schön. Da kann keiner was sagen. Blup. Ja, schon habe ich bloß noch 200 hier drin. Eieiei, nach 5000 haben wir auch nochmal. Eieiei, ich muss, äh, ich hoffe, vielleicht baue ich sogar noch einen vierten hiervon. Ist nicht so, wenn es regnet, damit ich einfach genug Wasser habe. Weil, ey, ich brauche für die Felder auch echt viel Wasser schon. Ist ja jetzt eigentlich alles gegossen da drüben? Habe ich alles noch mitbekommen? Ja, sieht gut aus. Ja. Äh, wie spät haben wir jetzt? 14 Uhr. Ja, mal 17. Ähm, das ist ne? Schiffsnähef, ne? So, dann machen wir das nochmal. Da wäre dann auch das letzte Wasser, das ich hier raushole. Buh. Hm, Kochwasser. Also, ich koche jetzt Thymian, äh, Tee auf Vorrat. Ich muss mir den Holz, ich muss mir mal den, den Dings basteln. Den, ähm, den, den Schaukelstuhl. Dann kann ich ein bisschen warten. Okay, langsam hoffe ich aber, dass ich bald Essen zusammenkriege hier. Was brauchte ich denn für den, für den Schaukelstuhl? Äh, la, 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 Möbel. Ha, la, 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 Schaukelstuhl, da. Ähm, jede Menge Äste und, äh, das Jagdmesser. Ja, denn ist, äh, puh, das, da muss ich aber erst gucken, ob ich das hinkriege mit 43 Millionen Ästen. Der kann hier rein. Ach, der hätte auch da ringen müssen, na egal. Äh, äh, Äste. Äh. Du bist müde. Hör auf zu heulen, nur weil du müde bist. Wo ist denn das Jagdmesser? Was ist das hier? Da ist es. I wanna be daylight in your eyes. Ich möchte Sonnenlicht in am Eis sein. Äh, habe ich jetzt? Habe ich. Cool. Äh, nein. Hier rein. Danke. Ein Schaukelstuhl. Schäkelstuhl. Da kommt ihr hin? Nein. So. Ja. So. Äh. Äh. Da. Gucken, ob ich die da noch reinkriege. Sieht gut aus. Wir sind bitte nicht müde momentan. Pssst. Sag jetzt nichts. Zerstöre nicht die. Hast du da nichts mehr rein? Nope. Tu das nicht. Oh Gott. Ähm. 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 Jetzt will ich hier den Thymian-Tee mitnehmen. Den Thymian-Tee. Und noch einen Thymian-Tee machen. Kannst du viel Thymian-Tee machen? Geil. Und der Thymian-Tee kommt dann hier rein. Der gute Thymian-Tee. Ähm. Es ist 17.04. Es ist noch vier zu früh, um schlaf zu gehen. Und es ist ja wieder um vier wach. Und dann kann er wieder abends nicht schlafen. Äh, der nicht. Hier. Pssst. Pssst. Oh, ist die Käfer. Käfer. Nein. 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 Okay. Äh. Jetzt habe ich schon zwei von fünf. Okay. Gehen wir mal gucken, ob ich hier mit meinen sieben Ausdauer noch irgendwo zwei, drei, vier, fünf Käfer finde. Oh, drei. Um ehrlich zu sein. Drei. Just three of us. Yeah. Noch mehr Holz. Naja. Irgendwann werde ich es brauchen. So viel Holz gibt es nicht. Ich würde gerne noch so ein zweites Holzlager bauen. Das wäre cool. Äh, ein wenig Käfer hier. Aber die Bäume wachsen auch noch. Die müssen noch wachsen, die Bäume. Vielleicht habe ich ja Glück und demnächst kommt mal wieder ein bisschen Regen. Dann kann ich A wieder ein bisschen Maissamen auspflanzen und auspflanzen, aussehen. Und, ähm, meine Fässer werden wieder voll. Oh, ist das ein schöner Baum. Scheiß die Wand an, ist das schön. Das funktioniert nicht mehr. No. Da will ich rüber. Da will ich rüber. Okay, okay. Im schlimmsten Fall muss ich dann noch einen Baum pflanzen. hinten. Ist ja schrecklich. Ist das... Oh! Nein, es ist ein Pilz. Ich will einen Pilz. Oh Gott. Ich brauche einen Schleifstein. Die vier Ausdauer gebe ich jetzt aber noch aus. Da ist ein Pilz. Da ist ein Pilz. Gib mir den Pilz. Nicht bemühen. Nö, 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 nö. Alter, hab dich nicht so. Ich bin ja derjenige von uns beiden, der seit fünfeinhalb Stunden streamt. Ähm. Nicht bemühen. Nö. Bin sogar noch dabei. Ja, denn. Äh, büpp. Und, ähm. Büpp. Büpp. Weil wir dann einen Schleifstein machen. Schwierig. Ich fühle mich nicht so gut. Ach komm, bitte nicht. Es ist nicht dein Ernst. Ich hasse dich. Ich muss den Pilz doch stehen lassen. Na gut. Also morgen das Ganze. Gute Nacht. Jason Statham. Der sieht doch einordentlich aus wie Jason Statham, oder? Pilz und Schleifstein? Ich check nicht. Meine, meine Sichel ist kaputt. Und die muss ich mit dem Schleifstein richten. Und dann kann ich mit dem, mit der Sichel den, den, den Pilz abbauen. Dies ist der Weg. forcing ich mich nicht mehr beten. Und was ich